Willkommen zum vierten Teil des Themas Modusgestaltung. Jetzt habt ihr schon einige Beispiele gesehen, welche Probleme es gibt und wie man Modi besser gestalten kann. Und ich möchte das jetzt hier nochmal einmal en bloc zusammenfassen, nochmal die Definitionen geben, gucken, welche Vorteile Modi hatten und auch, wie wir das Ganze zusammenfassen können. Und damit schließen wir dann auch diesen ganzen Bereich Orientierung ja jetzt ab. Wir hatten diese Moduscharakterisierung und die Charakterisierung, ich habe schon gesagt, die ist zu breit, aber sie ist nicht ganz uninteressant, denn ein Modus ist dann definiert, dass ich sage, in dem einen Modus habe ich diesen Satzfunktionen, in dem anderen Modus habe ich einen anderen Satzfunktionen. Das Ganze hängt von einem Zustand der Nutzungsschnittstelle ab und verschiedene Eingaben sorgen dann in den verschiedenen Modi für verschiedene Reaktionen. Das ist ein bisschen zu breit, aber es ist natürlich eine ganz gute Charakterisierung von Modus, alles was wir Modus nennen würden, passt hier auch drunter. Wir haben dann gesagt, wichtig ist aber nicht eigentlich, was ein Modus ist, sondern was ein Modusproblem ist. Und ein Modusproblem liegt dann vor, wenn die Reaktion auf eine Eingabe von einem Systemzustand abhängt und wenn dieser Systemzustand mir als Nutzer nicht bewusst ist. Das heißt, andersherum, er kann nicht dann vorliegen, also es kann kein Modusproblem geben, wenn auf die gleiche Eingabe immer die gleiche Reaktion erfolgt, oder wenn dieser Modus, dieser Zustand, wenn dieser Systemzustand mir bewusst ist. Das heißt, er muss mir bewusst gemacht werden. Das heißt entweder, nee, nicht entweder, das heißt, der Übergang muss mir bewusst gemacht werden, Kontinuität und ich muss sehen können, in welchem Modus ich bin. Erschließbarkeit und auch die interne Konsistenz spielt immer eine Rolle, denn Konsistenz würde zum Beispiel ja sagen, dass möglichst die Eingabe die gleiche Ausgabe verursacht. Das heißt, ich habe nicht so, sagen wir mal so, versehentliche Modi. Die vermeide ich durch interne Konsistenz. Ja, jetzt haben wir dann Modi uns angeguckt und haben gesehen, manchmal ist es auch besser, Modi zu vermeiden. Aber warum sollte man manchmal Modi haben? Modi, die Nachteile von Modi habe ich ja. Ich muss den Modus betreten, ich muss ihn verlassen, ich habe irgendwie vielleicht ein Orientierungsproblem, ein Erschließbarkeitsproblem und sowas alles. Aber dem stehen große Vorteile gegenüber, nämlich die Übersichtlichkeit. Ich baue nicht den ganzen Bildschirm mit lauter Funktionalität voll, sondern ich habe immer nur die Funktionalität, die ich für bestimmte Aufgabenbereiche zum Beispiel brauche oder in bestimmten Einsatzszenarien brauche. Ich habe dann auch nicht die Notwendigkeit, so ganz komplexe Menüs zu machen. Das heißt, ich habe mehr Platz und kann diesen Platz dann nutzen, um Übersichtlichkeit und auch Erschließbarkeit zu erhöhen. Denn ich kann die Sachen zum Beispiel mit Text beschreiben und muss nicht irgendwie vielleicht alles nur noch in Icons machen und die irgendwo hin prömmeln oder sowas. Und natürlich sorgt auch ein Modus dafür, dass ich weniger Fehler mache. Dann zumindest, wenn der Modus mir bewusst ist und ich mit dem Modus gut umgehen kann, dann kann es mir nicht mehr so schnell passieren, dass ich eine Funktion aufrufe, die in diesem Zusammenhang gar nicht sinnvoll ist. Und dadurch ist die Fehlerwahrscheinlichkeit geringer. Und einen Fehler zu machen würde ja immer bedeuten, ich brauche zusätzliche Eingabeschritte. Das heißt, auch die Eingabeminimalität profitiert davon, Modi zu haben. Wie können wir also diese Modusprobleme verallgemeinern? Wie können wir es zusammenfassen? Alles zusammen steht auf dieser Folie. Wir können Modi reduzieren. Also zwei oder mehr Modi zu einem Modus zusammenfassen. Haben wir keinen Modus, haben wir auch kein Modusproblem. Vorteil, Eingabeminimalität kann aber ein Übersichtigkeitsproblem beinhalten. Denn dann habe ich ja mehr auf einer Ansicht. Zum Beispiel, nicht unbedingt. In dem Beispiel mit dem Überschreiben und Dazwischenschreiben hatten wir das nicht. Aber es kann passieren. Abgeschwächt kann das heißen, den Modus auf wenige Aspekte nur beziehen. Das heißt, ich bin nicht in einer ganz anderen Welt hier und da, sondern nur einige wenige Dinge ändern sich in der Ansicht zu der Ansicht. Das haben wir zum Beispiel bei Standardmodus und Expertenmodus. Die sind sicher gleich, was den einen Teil angeht. Aber bei dem einen ist es noch mehr und es steht noch mehr Funktionalität zur Verfügung. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass ich in einem Modus gefangen bin. Dass ich also nicht mehr weiß, wie ich herauskomme oder gar nicht herauskommen kann. Das ist immer dann, wenn ich etwas modal habe, in diesem Sinne wie ein modaler Dialog. Ich muss das erst zu Ende machen. Das ist immer etwas, was man möglichst vermeiden sollte. Denn das widerspricht der Beeinflussbarkeit. Ich kann da nicht mehr abbrechen. Ich kann nicht mehr unterbrechen. Ich kann es nicht mehr gleichzeitig machen, nicht mehr nebenläufig machen. Das heißt, die Beeinflussbarkeit steht dem dann extrem entgegen. Modus Wechsel müssen explizit gemacht werden. Das heißt, idealerweise betrete und verlasse ich den Modus über eine ganz explizite Handlung. Zum Beispiel über einen Wechselschalter für verschiedene Modi. Dann ist auf jeden Fall mir klar, dass ich den Modus wechsle, wenn ich da drauf drücke. Wenn das Ganze nicht explizit passiert, sondern implizit passiert, also bei einer Handlung wird auch gleichzeitig der Modus gewechselt, dann muss mir das klar werden. Die Variante von Keynote mit dem Balken unten ist da ziemlich gut. Also, dass ich verschiedene Modi dann auch so unterschiedlich gestalte, dass sie unterschiedlich aussehen und ich sofort merke, huch, hier bin ich aber auf jeden Fall jetzt gerade in den Einstellungsmodus gekommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und der aktuelle Modus muss immer deutlich sein. Da hatte ich gerade den Balken schon angesprochen. Also, Unterscheidbarkeit zwischen zwei Modi müssen wir auf jeden Fall gewährleisten können. Und den Wechsel mit Kontinuität, Erschließbarkeit und Attentionalität dem Nutzer auf jeden Fall klar machen. Wenn wir das alles machen, dann können wir Modi sehr positiv verwenden, sollten sie sogar verwenden, aber immer mit Bedacht. Keine versehentlichen Modi, keine überflüssigen Modi und keine Modusprobleme. Modusprobleme treten immer auf, wenn wir viele der vorherigen Forderungen nicht erfüllt haben und auch die, die wir jetzt hier in dem Bereich der Orientierung hatten. Was waren das für welche? Wir haben jetzt bei Orientierung über Erschließbarkeit, interne Konsistenz und Kontinuität gesprochen, ein paar Wochen lang und sind jetzt damit fertig. Jetzt geht es in den letzten Block unserer Veranstaltung, nämlich in den Bereich Kontext, wo es darum geht, dass ich ja eine Software nicht irgendwie ohne einen Zusammenhang entwickle. Ich mache es immer in einem nationalen Kontext, ich mache es in einem Unternehmenskontext, immer im Kontext des Nutzers. Das ist gar nicht so sehr zentral in vielen Bereichen, weil wir ja nicht sagen, wir machen Aufgabenangemessenheit oder wir machen Gebrauchstauglichkeit. Da müssen wir ja ganz extrem auf den Kontext eingehen. Aber es gibt bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten, die eine bessere Anpassung an den Kontext ermöglichen und bestimmte Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, weil sie eigentlich nie zum Nutzungskontext passen. Aber dazu in den nächsten Videos beim nächsten Mal.